Im französischen Meisterrennen darf sich Paris Saint-Dermain keine weiteren Pazza mehr erlauben, soll das Zieltitel Verteidigung nicht aus den Augen verloren. Am Samstag waren die Pariser Indigen gefordert und gaben sich beim 4 zu 0 keine blödlänste mit zwei Touren Indigen. Kylian Mbappé, Getty Images Indigen ließ PSG-Coach Maurizio Pochettino sowohl Draxler als auch Kiera von Beginn an ran und schickte auch sonst eine stark besetzte erste Elfe. Martinius, Kim Pembe, Diallo, Danilo, Pereira oder Mbappé, alle dabei. Sportlich wurde es dann rasch einseitig, auch weil PSG nach Vogelbilder anüberarbeitet haben wir wieder Kombination über Mbappé, Diallo und Kim früh im Frühjahr. Selbst und danach schaltete der Favorit auf Verwaltung und um Kanda mit euch. Sperringspartner Dijon entlockte sich in Hälfte 1 lediglich als ein Sperringspartner und hatte auch noch Pech, als Selina einen Kera-Schuss im eigenen Strafraum an den ausgeschreckten Arm bekam. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mbappé sicher im rechten Eck und markierte so seinen bereits Saisontreffer, 32. Mbappé macht zeitig alles klar das Tabellenschlusslicht, das in der laufenden Saisons noch kein einziges Heimspiel gewinnen konnte, hatte auch im weiteren Verlauf nicht viel zu melden. Dijon war zwar bemüht, letztlich aber überfordert mit dem Star-Ensemble aus der Hauptstadt, das bereits nach 51 Minuten die Vorentscheidung herbeiführte. Über Draxler, Kera und Rafinha wurden Mbappé in Szene gesetzt, der viel Platz hatte und aus 14 Metern trocken zum 3 zu 0 vollendete. 1 und Sprung, Tore und Karten 0 zu 1 Kien, 6, 0 zu 2 Mbappé, 32, Elfmeter, 0 zu 3 Mbappé, 51, 0 zu 4 Danilo, Herrera, 82, Tore und Karten 0 zu 1 Kien, 6, 0 zu 2 Mbappé, 32, Elfmeter, 0 zu 3 Mbappé, 51, 0 zu 4 Danilo, Herrera, 82, Dijon FC und Dina Ebimbe, 25, Celina, 31, Paris Saint-Dermain, 34, Dijon Raciopi, Bic, Koulibaly, Erküle Manga, Panso, Ngonda, Diop, Dina Ebimbe, Celina, Mama Balde, Kunaté Dijon Raciopi, Raciopi, Bic, Koulibaly, Erküle Manga, Panso, Ngonda, Diop, Dina Ebimbe, Celina, Mama Balde, Kunaté Einwächslingel 61, Dobra für Panso 61, Assale für Kunaté 71, Mahé für Diop 75, Samaritano für Dina Ebimbe, Reservebank, Al-Akbe, Thor, Shafiq, Shala, Sarko, Benzia Trainer, Linares Paris, SG Navas, Gera, Marquinhos, Kim Kempe, Dijon, Ander Herrera, Daniel, Herrera, Draxler, Afinia, Mbappé, Kim Paris, SG Aufstellung, Navas, Gera, Marquinhos, Kim Kempe, Dijon, Ander Herrera, Daniel, Herrera, Draxler, Afinia, Mbappé, Kien Einwächsling 12, Sarabia für Kien 82, G für Rafinha 89, Michoud für Danilo, Herrera, Reservebank, Sergio Riccio, Thor, Bacca, Dagba, Cuerva, Pemberle, Simons Trainer, Bochettino, Schiedsrichter Team Michael Lissage, Frankreich, Schiedsrichter Team Michael Lissage, Frankreich, Spielinfo, Stadion, Stade, Gaston, Gera, Spielinfo, Anstoß 27, 02.2021, 17 Uhr, Stadion, Stade, Gaston, Gera, Dijon, Ecken, Verhältnis 2 zu 4, nachdem Dijon's Diop unter Tränen verletzt ausgewechselt worden war, 71, setzte der Favorit in diesem Spiel, das auf überschaubarem Niveau stattfand, den Schlusspunkt, Draxler brachte eine Ecke von links präzise in die Gefahrenzone, wo sich Danilo, Herrera, hochschraubte, 4 zu 0, 1, 2, 2 und Punkt, kurz vor Schluss feierte der erst 17-Jährige, der mit den GPSG dann auch noch sein liegt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020